Dann unser Thema jetzt ist das 5-Jahre-Jubiläum von Quilombo Brasil. Quilombo Brasil feiert sein 5-Jahre-Jubiläum und wir feiern mit Brasil. TV-Panema ist gerade 7 Jahre alt geworden. Wir sind von Anfang an bei Tide dabei. Und am 13. Mai im Stage Club in Hamburg macht die Sängerin B. ein Show ab 20 Uhr. Da können sie brasilianisches Essen gewinnen. Die Eintrittskarte kostet 13 Euro inklusive Speisen. TV-Panema verlost 5 Eintrittskarten für den 13. Mai. Finden Sie einfach heraus, wie der Titel heißt, den wir jetzt von B. hören. Viel Spaß und Augen auf! Me segura, salta o meu som Será possível me sentir assim? Quero te amar, não amar sujeito bom Me segura, salta o meu som Será possível me sentir assim? Liberar as almas em eterno Me segura a onda quando vem Me solta esse vento do além Correndo como o rio para o mar Me segura a onda quando vem Me solta esse vento do além É com você que eu quero ficar Bom é que você voltou 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um in diesem Wettbewerb teilzunehmen. Der Gewinn geben wir bekannt bei unserer Homepage www.tv-ipanema.tv unter der Rubrik News. Wir werden dann am 13. Mai bei der Show von B dabei sein, sowie bei der Feier von Quilomo Brasil, die fünfjähriges Jubiläum feiert. Und für Sie, liebe Zuschauer, TV-ipanema feiert auch mit. Wir sind sieben Jahre dabei. TV-ipanema hat angefangen bei Offener Kanal Hamburg und danach von Anfang an bei TDTV gewesen sein. Und wir sind hier. Hoffe, dass ihr unserer Sendung gefallen habt. Und hoffentlich das nächste Mal uns treffen. Bis dann. Tschüss.